und herzlich willkommen zu diesem neuen match von paragon nicht bedankt wir sind und wir haben gerade einen wunderschönen double kill erfüllt na fuck drei kills dann kam auch hier schon das getötet dann kam momo gab uns den popo voll so dann machen wir erstmal mit dem hier weiter damit wir gucken was so abgeht und die noch da rein damit wir mehr guck haben ja ja An ally has been slain. 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 Hey, hey. Wir schlagen hier mit dir in so einem Versuch uns beiden irgendwie nicht so nah in unsere Basis reinzulassen. Gute Idee, nur zu spät Magier. Gute Idee. So. Okay, Magier geht da lang. Haben wir sie. Weil sie es verdient hat, die blöde Ziege. So. Nun wieder in die Reihe tanzen. So. Mr. Piraten Magier. Auf einen guten Einkauf. So. Die sind wieder zu zweit hier. Gehen wir den mal. So. Gehe ich mal eben. Irgendjemand muss ich mal rüberkommen. Mann, 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 Mann Ah. Immer daneben geworfen. Sehr gut. Beide erwischt mit dem Yip. Schade. Aber das tat mir weh. Ey, viermal gestorben. Ich leb mir noch ein paar mal vor dem Match gestorben, was nicht ganz so geil war. Ach. Alle Lines kommen gut voran. Nur meine ist mega am verkacken. Aber ich habe am meisten Kills. Ein schön ausgeglichenes Team. Ja, da läuft aber jemand panisch weg. Ja, durch das Gift. Fuck. Ja. Das war zu erwarten. Machen wir hier mit dem Plimidist weiter. Fuck! Das läuft überhaupt nicht. Müssen wir da ein wenig ruhiger taktischer und überlegter spielen. Fooza! Fooza! Boo boo! Boo boo booza! Da geht's weiter. Da, da geht's weiter. Oh, demnächst mal die Voodoo Sprint skillen. Eine Allianz-Tower ist unter Attack. Was? Achtung zurückziehen. Die Achtung. Die Achtung. Das ist unter quiero. Im Moment. Die Achtung. Die Achtung. Die Achtung. Die Achtung. So, machen wir hier mal weiter. Magier! Don't do that! Don't, 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 don't! Ich hab dich aber auch getötet, oder? Hm. Ging wohl in die Hose. Kacke. So, ich muss mal was trinken wieder. Ich hab nur Fälle, ich trag ne Fresse. Ist unglaublich. Haha. Gegnerische Momo ist aber auch hart am sterben. Schau mal, Spotlight! Ähm, Twin Blast. Bewegen. Guter Mann, er bewegt sich. Woah, 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 woah. Aber das sind zwei Gegner. Achtung, Hilfe links. Bitte. Kolleginnen, mittelten. Kollegen, mittelten. Schau mal. Sehr gut, der Gift Ticker. Eine Tauere ist unter Angriff. Ja. 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 Vorne raus zu gehen wäre wahrscheinlich sehr töricht und dumm gewesen. Jetzt dann hab ich so ein erwischt. Diese Attacke ist doch so fiese. sehr schön mag ja mag dein kostüm ich mag deine kostüme magia sie ist muschig schild hat sich gerettet wo da könnte ich bekommen sechs karten macht das heißt es lohnt sich war gut dass ich sie vergiftet habe 3 5 nö ist nicht voll dann so vorübergehend das war viele viele kleine karten zum backen von guten taten und diese guten taten wären der tod unserer gegner so wer das auch mal ausgesprochen die bitches wow das war knapp fast war ich glatt einfach shimby zu tode markiert immer wieder in die puppe gesteckt das können wir für shimby brauchen alle von ihnen gewesen wie frech von den die 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 So, nächste Runde. So, das war schön. Das gab's stuff. So, teamwork, bitches. 1, 2, 1, 2, 1, 2, Watschefuß, Watschefuß, Watschefuß. Ja, die müssen nur alle meine sein. Sehr schön. Alle weggeschlappstelt. So, 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 so. Was wartet uns hier so? So, das weiß keiner so. So. So, so, so. so wenn das nicht mal teamwork war oh shimby legt los ja hm ok ich gehe trotzdem dass wir kaufen achten auf dem weg nach rechts so 30 minuten wie das match wer so 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 warum nimmt sie eine doofe kuh was eine doofe kuh war boink extra in den sektennest da reingeworfen und was habe ich davon nichts so 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 mal voll wo haben wir nur noch eine kleine karte da haben wir eine kleine schadenskarte ablegen dick blut blup so selber schuld wenn ihr hier bei uns rumläuft so die haben wir erstmal an der hüfte linker fahrt linker fahrt linker fahrt so so Späte Raffe Für den verlorenen Turm. Verdammt. Wenn man die so schaden und der Paladin kann so lange leben, dass er es alleine packt. Mana 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 Na, das war der Katapult Tower. Und die stand außerhalb des Regenerationsbereiches daher. Ist da gerade nicht mehr so viel zu holen. Oh, hi! Hm. Das Gift regelt ja schon. Sehr gut. Sehr gut. 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 wassup 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 mhm wir dachten wohl die können mich da so abfangen warten wir mal auf die bitch hier so die horde minimiert wobei da kommt bestimmt noch ein schweiderschwung wenn wir uns vom swipe vom live schaffen sollten sehr gut ich geh mal da holen ne hau rein so und das ein bisschen pushen so was haben wir denn noch kleines das ist noch eine kleine 3 6 12 boom auf in die krieg in die krieg rein ein enemy tower is under attack mhm mhm so 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 okay so ich bin da auch gerade hin wir treffen uns dann dort ne nacht mhm so älter windler es legte los dann gehen wir mal nach vorn dann geht's dann tut dann geht's Nein! Mist, die Kacki! Oh, den hab ich... Nee, hatte ich den schon angelegt? Den hatte ich wohl schon angelegt, fuck. Na gut, das war doch... Da, ich hab den doch noch angelegt. Dann hatte ich alle Karten mal an. Dann komm ich irgendwie nicht auf null raus. Sehr schön. Sehr ärgerlich. Wir haben natürlich nichts gewonnen, dass wir gestorben sind. Hm. Fünf Karten macht, hätte ich noch. Aber schon okay für mich. Nicht alles ausgeben zu können. Nein! Die Schlacht! Gut. Für zehn Kills. Haben die Gegner nicht. Mortat, bereft? Ach! Wann glaube ich. Lowen darstellen, doch alles ausgeben. Sehr gut. Woohoo! Geh weg, Matthias! Oh, das Gift. Sehr schön. Schafft er es alleine? Ist er so ein Lebensraumtyp? Ja. Sehr schön. So, dann gehen wir mal guck schäfen. Und die wir unbekannterweise mal nach da rechts gehen. Okay. 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 Und dann wieder einmal. Ja. Ja. Schönes Match. 15 Kills. Wah. Geil. 10 assists. 7 tote. War cool. mein deck habe ich ein bisschen gewählt aber es hat spaß gemacht wir haben gewonnen zwei miteinander krasse nummer ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja würde mich freuen wenn du mir ein däumchen hinterher da lassen würde und wir sehen uns im nächsten match wieder bis dahin wünsche ich alles alles gute und haut rein